Musik Ein anderes Meer, die Nordsee. Vielleicht ist der ein oder andere von euch da schon mal zum Baden gewesen. Natürlich ist auch in der Nordsee Salz drin. Das ist die Lisa. Die hat Wasser geschluckt, schmeckt natürlich salzig. Vielleicht war sie es ja, die uns die Fragen gestellt hat. Also versuche ich die letzte Frage mal als erste zu lösen. Kann man das Salz noch anders rausholen als mit der Sonne? Ein Eimerchen voll, Nordseewasser habe ich mal genommen und in einen gläsernen Topf geschüttet. Das Ganze auf einen Herd. Ich habe ihn angeschaltet und habe gedacht, wenn man das Wasser auf dem Herd verdampfen lässt, dann müsste doch da auch Salz bei rauskommen, übrig bleiben. Weil es zu lange dauert, machen wir das mit der Kamera ein bisschen schneller. Und tatsächlich, nach anderthalb Stunden, bildet sich unten ein weißer Belag. Eine ganze Menge sogar. Wir haben uns gewundert, wie viel das ist. Das haben wir mal rausgekratzt. Und das müsste doch jetzt eigentlich Salz sein. Aber so ganz sicher war man natürlich nicht. Deswegen habe ich sicherheitshalber nochmal probiert, ob es denn wirklich Salz ist. Tja, sieht aus wie Salz, schmeckt wie Salz, ist wie Salz. Auch das könnte man sofort in den Salzschreuer packen. Bleiben aber noch die Fragen, was ist denn das Salz im Meer und wie kommt es da rein? Also, was ist das Salz? Wir haben von unserem Meerwasser nochmal einen Tropfen unter ein Mikroskop gelegt und haben das Meerwasser unter dem Mikroskop verdampfen lassen. Und dabei haben wir was ganz Merkwürdiges festgestellt. Wenn das Wasser verdampft, bilden sich Würfel. Erst einer und dann zwei und dann immer mehr. Und es bilden sich überall Würfel und alle sind kleine Vierecke. Erst noch ein bisschen durchsichtig. Und je mehr das Wasser verdampft, desto fester werden sie richtige Salzkörner. Man sagt, na nun, sehen denn die Salzkörner in unseren Salzstreuern auch so würfelförmig aus? Müssen wir uns gleich mal angucken. Haben aus dem Salzstreuer welche genommen und auch unter das Mikroskop gelegt. Und die da angeschaut. Und da kam die zweite Überraschung. Tatsächlich, alle Salzkörnchen aus unserem Salzstreuer waren würfelförmig. Das Salz aus dem Meer, wenn es Kristalle bildet, bildet also immer Würfel. Einen von diesen Würfeln, ganz besonders schönen, hat der Oliver sich ausgesucht und den nochmal alleine unter ein Mikroskop gelegt. Und hier in Deutschland hatten wir natürlich andere Möglichkeiten als damals in Australien. Das ist also ein Salzkorn, ein Salzkristall. Ein großer Würfel und da dran ein kleinerer. Und an dem kleineren ein noch viel kleinerer. Und an den konnten wir noch ein bisschen näher ran. 40.000 Mal so groß wie in Wirklichkeit. Und wenn wir noch größer gekonnt hätten, dann würden wir gesehen haben, dass auch dieser kleine Würfel wieder aus kleineren Würfeln besteht. Und an den Ecken sind immer Teilchen. Die gelben sind ein Metall, Natrium, und die grünen Chlor. Das ist ein Gas. Und die halten sich an den Händchen fest und bilden immer Würfel. Und das ist dann Salz. Kann man dieses Salz denn künstlich aus dem Metall und diesem Gas herstellen? Haben wir uns gefragt. Das ist das Metall, Natrium. Es ist ganz weich, man kann es mit dem Messer schneiden. Ein winziges Stückchen davon haben wir genommen und in ein Röhrchen gelegt. Und weil ja da noch das Gas dazu soll, haben wir dieses Röhrchen in eine Versuchsanordnung gepackt. Rechts und links dicht. Dann müssen wir das Metall flüssig machen. Deswegen eine Flamme drunter. Und wenn es flüssig wird, Achtung jetzt, dann lassen wir von rechts das Gas rein strömen. Da, wo diese Rauchfahne kommt. Und sofort, wenn dieses Chlorgas, das an sich giftig ist, mit dem Metall zusammenkommt, bildet sich sofort eine Salzkruste an der Oberfläche. Ein winziges Stückchen davon haben wir genommen und das Mikroskop gelegt. Und siehe da, das ist künstliches Salz. Sogar künstlich konnten wir es herstellen. Aber wie kommt denn das Metall und das Gas in der Natur ins Wasser und bildet das Salz? So viel Salz macht er wirklich durstig. Übrigens, das Wasser, das wir trinken, heißt ja Süßwasser. Ob da wohl Zucker drin ist? Müssen wir gerade zwischendurch mal ausprobieren. Also bin ich extra in die Berge geklettert, wo der Gebirgsbach noch sehr sauber war, weil ich mir gedacht habe, wenn schon Süßwasser, dann müsste ja da der meiste Zucker drin sein. Auch davon habe ich mir wieder einen Liter mitgenommen und habe das zu Hause in den Topf getan und auch das wieder kochen lassen. Und weil auch das natürlich anderthalb Stunden dauert, bis das ganze Wasser verdunstet ist, machen wir auch das mit der Kamera wieder schneller. Und richtig, nach anderthalb Stunden war auch da ein weißer Belag auf dem Boden. Allerdings sehr viel weniger als beim Wasser aus dem Meer. Dieser Belag war auch sehr viel schwerer, aus dem Topf rauszukriegen. Wir mussten uns schon richtig kräftig anstrengen und richtig dick kratzen. Im Vergleich zu der Menge Salz aus dem Meer war das auch nur ein kleines Häufchen. Jetzt musste ich mal ausprobieren, ob das denn süß schmeckte, wenn das schon Süßwasser heißt. Also, Test. Nee, süß schmeckt es nicht. Irgendwie merkwürdig. Wir haben mal nachgefragt. Dieses weiße Zeug aus dem Süßwasser besteht aus drei Teilen. Einmal Gips, Kalk und auch ein bisschen Salz. Aber nur ganz wenig. Auch im Süßwasser ist Salz drin. Man nennt es nur deswegen Süßwasser, weil nur ein paar Körnchen voll drin sind. 1,3 Gramm auf ein Liter. Wasser ohne Salz gibt es in der Natur gar nicht. Und das Meerwasser heißt nur deswegen Salzwasser, weil mehr Salz drin ist. Nämlich 33,25 Gramm auf ein Liter. Das ist komplett aufgelöst. Man sieht es nicht. Ich rühre hier mal um. Aber wie kommt denn nun jetzt dieses Metall und dieses Gas in der Natur zusammen, damit sich das Salz bildet? Nehmen wir mal an, es regnet. Es bildet sich eine Pfütze und die Pfütze bildet dann ein Bergbach. Fließt nach unten. Und dieser Bergbach fließt über Steine. Und in diesen Steinen ist das Metall drin. Und das wäscht das Wasser da raus. Dass in den Steinen tatsächlich Metall drin ist, kann man wieder unter dem Mikroskop sehen. Da, was da so glänzt, das ist das Metall. Ob das das Natrium ist, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall Metall. Und das wäscht das Wasser aus dem Stein raus natürlich in so winzigen Mengen, dass man das nicht sehen kann. Und das Gas, wo kommt das denn jetzt her? Das Chlorgas entsteht überall. Da, wo Wiese ist oder Park oder Straße. Und auch da, wo Wasser ist. Chlorgas ist giftig und es hat noch eine Eigenschaft. Es liebt das Wasser. Und wenn es Wasser findet, verbindet es sich sofort mit diesem. Und wenn es dann auch noch Metall in dem Wasser findet, zum Beispiel Natrium, mit diesem zusammen zu Salz. Das Salz entsteht also überall auf der Welt, wo Wasser ist. In Bächen oder in Flüssen. Und die transportieren das Salz dann ins Meer. Und auch im Meer entsteht jeden Augenblick, jede Minute immer wieder neues Salz. Aber nun scheint ja auch die Sonne aufs Meer und lässt das Wasser verdampfen. Das steigt nach oben, bildet Wolken. Und die Wolken regnen dann nach unten zur Erde, bilden da Pfützen, Bäche. Die Bäche werden zu Flüsseln. Und auch da entsteht ja immer wieder neues Salz. Immer mehr Salz. Und die Flüsse transportieren das gesammelte Salz ins Meer. Und auch da entsteht ja immer noch mehr Salz. So müsste doch eines Tages so viel Salz im Meer sein, dass man fast kein Wasser mehr sieht. Das stimmt im Prinzip auch. Die Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass sich alle 100 Millionen Jahre der Salzgehalt im Meer verdoppeln müsste. Trotzdem bleibt er gleich. Und dafür sorgen diese schwarzen Raucher. Das sind Vulkane tief unten am Meeresgrund, 5000 Meter unter dem Wasser. Die sorgen auf eine Weise, die die Wissenschaftler auch noch nicht genau begriffen haben, dafür, dass der Salzgehalt des Meeres seit 400 Millionen Jahren gleich bleibt. Tja, als ihr mir die Fragen gestellt habt, wusste ich auch noch nicht, wie viele spannende Dinge ich entdecken musste, um euch diese Fragen beantworten zu können.